Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 271. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ihr hört es schon am Schnaufen, ich bin nicht allein. Habe ich zu laut geatmet? Ja, alles wie immer. Entschuldigung. Danke auch, dass du ins Mikrofon pustest. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, genau, richtig. Ja, wir sind heute zu zweit, weil wir uns wahnsinnig freuen, denn es sind lauter tolle Sachen passiert. Vor allem gibt es, das ist jetzt offiziell, ein Podstock in diesem Jahr. Nachdem es ja erst abgesagt worden war, wegen des großen C, gibt es jetzt doch eine Veranstaltung, aber remote und digital. Yippie. Was wissen wir darüber? Es wird super. Okay, seien wir ehrlich, es wird nicht das Gleiche. Auf gar keinen Fall. Wir sind immer noch traurig. Ja. Das Lagerfeuer fehlt und die echte Bühne und die Bar und das Ganze. Und Elfano. Und Elfano. Und Martin McFry. Und die Hühner. Ja, das fehlt alles. Das fällt alles aus dieses Jahr. Wahl geht nicht. Aber es ist ja total großartig, dass überhaupt irgendwas stattfindet am Podstock-Wochenende, dass wir uns sowieso alle freigehalten haben. Genau. Und ich finde, das zeigt halt so, diese tollen Podstock-Leute lassen sich einfach nicht aufhalten. Die sind so bekloppt und liebevoll genug. Ja. Die machen einfach was. Genau. Und das wurde angekündigt über einen Podcast von der Podstock-Orga. Was ich daran einfach toll fand, wie gut gelaunt die alle waren und wie hörbar fröhlich sie alle waren. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel Sebastian in seiner Anmoderation, ich habe den im Sendegarten oder auch sonst, wüsste ich nicht, dass ich eine Aufnahme von ihm gehört hätte, wo er so, ich möchte ja fast sagen, aus sich heraus geht. Also der ist ja fast, der wusste ja gar nicht, wohin mit seiner Aufnahme. Das ist ein bisschen gemeint. Wir finden Sebastian immer super. Sebastian ist der Beste, Ehrenmann, ohne Frage. Aber er ist halt auch immer sehr, sehr ruhig und sehr bedacht und klingt immer, finde ich, im Sendegarten fast nachdenklich. Und hier war es halt wirklich so, da habe ich ein Lächeln gehört, da habe ich gute Laune gehört, da hast du einfach, ich finde, man hat diese Aufnahme angemerkt, die kamen gerade aus dem Orga-Meeting raus und haben da, sagen sie auch selber, haben irgendwie anderthalb Stunden lang rumeskaliert und sich die Bälle zugespielt und die hatten einfach noch richtig Bock und hatten richtig gute Laune und haben gesagt, komm, jetzt scheiß drauf, wir nehmen schnell was auf. Ja, genau. Das ist ein Programm für den Samstag, wenn ich es richtig erinnere, das schon in weiten Teilen soweit feststeht. Da sind also schon Podcasts angefragt worden, die was quasi Bühnenprogramm beisteuern können. Da ist auch What's in Your Pants angefragt worden, weil sie halt gesagt haben, das ist eine feste Größe und wir haben ja sehr häufig schon was gemacht auf dem Podstock. Ich glaube jetzt dreimal, weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht wäre es auch das dritte. Ach, ich verliere immer den Überblick. Jedenfalls haben wir dieses Jahr What's in Your Pants abgesagt, weil wir das einfach gerade nicht koordiniert bekommen. Also wir schaffen es gerade noch nicht mal einen eigenen Aufnahmetermin zu finden und eine What's in Your Pants Bühnenshow zu organisieren erfordert dann doch ein bisschen mehr Hirnschmalz und es würde es nochmal mehr bedeuten, wenn wir das auch noch vorproduziert und digital machen müssten oder auch wenn es live wäre, weiß ich gar nicht, wie die das planen, ob das Live-Shows sind oder ob das vorproduziert wird. Ja, und dann gibt es am Tag drauf ein Workshop-Programm, wo man was einreichen kann. Das richtet sich vor allem an die, die schon was vorbereitet haben und da kann man dann eben, in welcher Form auch immer das nachher dann stattfinden wird, die Dinge zeigen, die man sich sowieso überlegt hat. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ja, ich würde sagen, es wird auf jeden Fall cool. Erzählt es weiter. Ich weiß nicht, wie jetzt so Remote-Podstock für Leute ist, die das echte, das normale Podstock noch nicht kennen. Ist vielleicht für einen Einstieg nicht ganz so leicht, aber geht bestimmt auch. Ja. Genau, es wird, also wenn ich es richtig verstanden habe, wohl irgendwie eine YouTube-Playlist geben oder ein YouTube-Live oder wie auch immer für die beiden Tage und dann nebenbei auf irgendeinem Seitenkanal gibt es dann die Chat-Möglichkeit. Ja, und das Ganze am 15. und 16. August, also an dem Wochenende, wo Podstock sowieso stattfinden sollte und mehr Infos dazu gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Da verlinke ich auch nochmal diese Podstock-Orga-Podcast-Folge. Genau, also großartig, liebes Podstock-Orga-Team. Wir lieben euch sehr, alle Männer und Frauen, die da aktiv mitarbeiten und dabei sind. Ihr seid super. Beste. Und das andere Großartige, was passiert ist, das steht jetzt im Garten, das wahrscheinlich ambitionierteste Puzzle der Welt. Ja, ist so. Ist so. Definitiv. Ich habe das letztes Mal schon erwähnt. Es gab Überlegungen, einen neuen Grill anzuschaffen, nachdem mir ja der alte, den ich vorher hatte, einen Feuerwehreinsatz ausgelöst hat. Die ganzen Details gibt es in einer Folge von Jörn Schaafs für einen Podcast, die ich verlinken werde. Und jetzt waren wir also mehrfach im Baumarkt und haben uns verschiedene Grills angeguckt, hatten da auch schon was im Auge. Und dann hieß es, naja, könnte ja sein, der ist ein bisschen lütt, ein bisschen klein, sagt die Chefin. Und dann hatten wir den Übergrill, der also irgendwie, weiß ich nicht, zweieinhalb Meter groß ist und auf vier verschiedene Arten Hitze erzeugt. Und es war ein bisschen so, weil ich eigentlich auch geil finde, einen Kohlegrill zu haben, weil ich finde immer noch, Kohle ist so grillen im eigentlichen Sinne. Ist das ja auch auf eine Art, aber es dauert halt einfach immer sehr lange, bis man da Hitze hat und Gas geht halt einfach viel schneller und ist viel gleichmäßiger und ist geil. Ja, und jetzt war dann also die Überlegung zwischen dem Übergrill, von dem ich letztes Mal erzählt habe, und was eine Nummer kleiner. Und wir haben uns dann am Ende für eine Nummer kleiner entschieden. Und das ist, ja, danach war es dann leicht. Also hinfahren, mitnehmen. Ähm, jein, also, das stimmt ja schon mal auf mehreren Ebenen. Wir haben uns für eine Nummer kleiner entschieden, haben dann doch aber eine Nummer größer genommen, also nehmen müssen, als wir uns entschieden hatten, weil, er sagte, der zweiflammige? Nee, wir hatten einen mit drei Gasbrennern und der war nicht vorrätig, hätte er bestellen müssen. Oh, da habe ich jetzt leider nur eine Nummer größer da, da müssten Sie sonst warten. Super doof. Nee, also. Wollten wir auch nicht. Nehmen wir halt eine Nummer, ja, nützt ja dann nichts, nehmen wir halt eine Nummer größer. Genau. Und ich finde ihn geil, weil er meinte, das wäre sogar ansonsten der gleiche Grill. Das stimmt aber gar nicht, weil der hat ja noch diese Koch, ähm. Ja, so eine Kochplatte. Ja, Dings. Ja. An der Seite. Also er hat jetzt vier Gasbrenner an der Seite, noch eine Seitenkochplatte, wo man jetzt irgendein Beilagenkram kochen könnte oder ein Süßchen zubereiten oder weiß der Schinder. Das Ganze für 50 Euro mehr, als wir geplant haben, also es ist auch noch vollkommen im Rahmen preislich. Ja, die Eckdaten sind halt einfach großartig. Und auf Volllast schafft der 16,2 kW, das letzte Ferienhaus in Dänemark, was wir hatten, hatte eine Sauna mit sieben. Was für ein Vergleich? Ja, was denn? Also, wenn du dir überlegst, dass wir in diesem Ferienhaus, da konnten wir... Warum vergleichst du einen Grill mit einer Sauna? Ja, einfach um mal die Dimension, so du hast ein ganzes Zimmer in so einem Ferienhaus, das du aufheizen kannst auf eine unfassbar hohe Temperatur, die echt lebensunwirklich ist. Und da kannst du dich mit fünf Leuten reinsetzen. Aber die Leute sollen ja nicht durchgaren wie ein Stück Fleisch. Ach so. Ich bin mir nicht sicher, ob du das Prinz die Sauna verstanden hast. Ich dachte, das ist ein Sous-Vide-Garen für Kannibalen. Nein? Das war so mein Gedanke. Na, wie auch immer. Jedenfalls hat der mehr Leistung, mehr Bums als eine handelsübliche Sauna. Mehr Power. Und wir haben den auch schon ausprobiert und es war sehr, sehr großartig. Also erstmal haben wir den gekauft, haben wir nicht daran gedacht, vielleicht die Hundebox aus dem Kofferraum zu nehmen. Wir konnten ahnen, dass das ein riesengroßer Karton ist und dass der unseren Kofferraum ausfüllen würde im Passat. Wer hätte daran denken können? Niemand. Und vor allem haben wir dann festgestellt, dass der auch nicht durch die Tür passt, um den auf die Rückbank zu tun. Ist so. Also habe ich auf den Parkplatz gewartet mit dem Grill und Jörn musste erstmal nach Hause, die Hundebox aus dem Kofferraum und ist wieder zurück. Dann wieder zurück. Frau und Grill abholen und dann ging das. Immerhin in der Reihenfolge, ne? Immerhin, ja richtig. Genau. Richtig immer das Personal. Den Aufbau, das hat einigermaßen gut funktioniert. Die Anleitung war wirklich so ein bisschen so eine Mischung aus Lego und Ikea. Cool fand ich, dass alle Schrauben und Verbindungsteile in so einem Blister verpackt waren. Das heißt also, da gab es überhaupt kein Vertun, wo man da hingreifen muss. Nicht alle Teile ansonsten waren beschriftet. Das erschloss sich aber aus dem Kontext. Und dann habe ich das weitgehend alleine in ungefähr drei Stunden hinbekommen, den aufzubauen. Gibt ein paar Arbeitsschritte, wo man es nicht ganz alleine schaffen kann. Die Chefin wirft sich schon wieder in Pose. Ich fand das so schön. Also dein Werdegang mit dem Aufbau dieses Grills fing ja an mit absoluter Euphorie. Oh ja, alles total super vorbereitet. Werkzeug dabei und super, okay, alles klar. Ich bin zwischendurch ins Büro, ein bisschen arbeiten, komme das nächste Mal raus und du warst nur am Fluchen. Ich kriege das hier alles nicht fertig. Was soll das denn? Das ist mir zu viel. Man muss dazu auch wissen. Es endete wieder in Euphorie und Zufriedenheit. Erstens das und ich hatte an dem Tag auch noch zu arbeiten. Also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bis 15.30 Uhr muss das Ding stehen, weil ich dann noch an den Schreibtisch sollte. Aber es hat dann im Endeffekt, glaube ich, irgendwie eine Stunde länger gedauert als geplant, als veranschlagt. Und das war dann auch okay. Und ja, es war auf dem Weg dahin ein bisschen, bin ich ein bisschen verzweifelt. Einige Teile waren ein bisschen verzogen. Also ich habe nicht alle Schrauben reindrehen können. Wie, da fehlen Schrauben in unserem Grill? Ja, aber an Stellen. Das sagst du mir jetzt? An Stellen, die für die Stabilität unerheblich sind. Sicher. Absolut. Okay. Ja, absolut. Ja, also sehr zufrieden. Erstmal vom Design, also vom Aussehen. Auch mit mir selber, muss ich auch fairerweise sagen. Auch vom Design und vom Aussehen her. Ja, genau. Richtig. Und auch vom Verlauf des ersten Tests. Also wir haben Würstchen und Entrecot getestet und natürlich auch das obligatorische Gemüse zubereitet. Da eine Gemüsepfanne mitgekauft. So ein Korb, ne? So ein Korb mit Löchern drin. Da kann man halt so ein eingeöltes Gemüse reintun. Da müssen wir nochmal so ein bisschen gucken, weil das Ding wird echt, echt doll heiß. Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn es in dieser Garkammer steht, die dann irgendwie auf 200 Grad aufgeheizt ist, dass die Metallferne da so ein bisschen heiß wird. Ja. Aber jetzt muss ich mich, also alles wie gesagt sehr zufriedenstellen. Hat super geklappt. Ich muss mich jetzt halt noch an die Feinheiten gewöhnen. So wie wenn man, wenn man ein neues Haus bezieht und einen neuen Ofen hat, dann muss man sich auch erst mal drauf einstellen, wie der läuft. Und so ist das mit dem Grill. Das heißt, ich muss jetzt leider häufiger grillen. Das ist sehr ärgerlich. Echt, echt ärgerlich. Ja. Sauber machen ist bis jetzt ganz schön nervig. Merke ich. Surprise. Ja. Also das sind halt, über den Brennern sind so Abdeckbleche, damit das Feuer so ein bisschen verteilt wird. Und alles, was da drauf tropft, das backt natürlich sofort tierisch fest. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Da werde ich wahrscheinlich mit Stahlwolle mal ran müssen, um die Ablagerungen zu beseitigen. Aber mein Gott, es gibt so viel Schlimmeres. Es gibt aber auch Sachen, die noch besser sind. Was du mal für elegante Überleitungen hast. Profi. Gelernt ist gelernt. Eine dieser Sachen hängt jetzt hier an der Wand im Podcast-Zimmer. Johannes ohne Kuh hat nämlich alle Logos von den Podcasts, die in der Casa Schasa produziert werden, auf so einen Keilrahmen drucken lassen. Und die hängen jetzt hier an der Wand. Was werden die haben? 20 mal 20? Was weiß ich denn? Ja, was weißt du denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also kleine handliche Formate und die kann man, habe ich einfach an die Wand genagelt. Und jetzt hängen sie hier und ich muss sagen, sie machen das Podcast-Zimmer erst so richtig gemütlich. Ja, oder was? Auf jeden Fall. Danke, Johannes. Du bist auch besonders toll. Ehrenmann. Ganz klar. Ja. Eine fantastische Idee. Ja, ich sitze hier immer und himmel diese Wand an mit den Logos. Es ist toll. Vor allen Dingen, das kam ja per Post. Und ich habe dieses Paket, ich habe dieses Paket aufgemacht und habe es so reingeschielt. Ich dachte, was kann das denn sein? Und sah so und kriegte so einen Eindruck und dachte, okay, das müssen wir gemeinsam machen. Und habe dann also kurz gewartet, bis die Herzdame da war. Und möchtest du mal schildern, was das für ein Gefühl war? Mit Gefühlen habe ich das nicht so. Das kannst du besser. Es war schön gewesen. Das Gefühl war Freude. Ja, es wurde gequietscht. Eindeutig. Ja. Ja, Jan, wie fühlt man sich, wenn man tolle Geschenke bekommt? Ja. Ist doch klar. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Weil du nie tolle Geschenke bekommst. Ja, richtig. Oh. Das heißt doch, jemand hat mir zwei Stunden auf Hornig-Guthaben geschenkt. Das war auch schön. Hat aber nicht reingeschrieben, wer sie ist. Keine Ahnung. Vielen Dank jedenfalls dafür. Es hat mich sehr gefreut. So? Ja. Du kriegst ja öfter mal Sachen, ne? Für den Hai-Alarm und Tobi und du kriegen mal irgendwelche Sachen für, also meistens Penis-Dinge. Das stimmt. Geschickt. Auch meistens mehr für Tobi. Ich bin da mehr die Poststelle. Wir haben sehr viele Haie hier. Die meisten hast du, glaube ich, von Hörer und Hörerinnen bekommen. Das stimmt. Ich muss aber mal sagen, dass ich noch nie was für meinen Übergewicht-Podcast bekommen habe. Vielleicht sind die Leute da nicht so kreativ aus. Außer vielleicht diejenigen, die mir Bounties geschickt haben. Ich weiß nicht, ob das sind. Wenn das nicht für den Übergewicht-Podcast war, weiß ich es auch nicht. So kleine Wagen. Oh Gott. So was in der Art. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ihr immer so Fan-Geschenke bekommt. Zwinky, zwonky. Ich wollte es nur mal sagen. Muss ich mir hier schnell in Jörns Podcast reinzecken. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Jörns Schaas für einen Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi. Willst du auch noch Tschüss sagen? Nö. Nö, okay. Verlacht das bitte so drin, aber. Ja. Auf Wiedersehen.